Hallo zusammen, in diesem Video stelle ich euch heute die Sternenfreunde-Reihe von Linda Chapman vor. Ich habe ja bereits in meinem Neuzugänge-Video aufs Übelste von diesen Büchern geschwärmt und jetzt habe ich es endlich geschafft, diese auch zu lesen. Ich habe sie hintereinander weggesuchtet und diese möchte ich euch jetzt vorstellen. Insgesamt gibt es jetzt zwei Bücher von dieser Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob sie damit abgeschlossen ist oder ob noch mehr geplant ist. Für mich war sie jetzt abgeschlossen. Es kann natürlich noch sein, dass noch mehr Bücher davon in Planung sind. Das fände ich eigentlich auch ganz schön. Aber grundsätzlich war sie jetzt einfach für mich abgeschlossen. Ja, ich zeige sie euch nochmal. Sie sind wirklich so schön aufgemacht. Das finde ich bis heute einfach absolut toll. Nicht nur von außen, sondern was ich auch wirklich schön finde, ist, dass sie eben so schön aufgemacht sind. Sie haben hier so Zeichnungen. Aber auch, wenn ich es finde, sie haben auch noch andere Illustrationen. Und ich finde, dass das beim Lesen wirklich immer sehr, sehr viel Spaß macht. Vor allem, weil diese Bücher halt auch Kinderbücher sind. Ja, aber ich komme jetzt nochmal zum Anfang zurück. Und zwar ist dieser erste Band, heißt Maya und der Zauberfuchs, ist im CBJ-Verlag erschienen, kostet neu, genauso wie der zweite Band, 9,99 Euro, was ich eigentlich einen sehr fairen Preis finde. Und der zweite Band heißt Leonie und die Wildkatze. Halt auch aus dem CBJ-Verlag und halt auch 9,99 Euro. Ja, jetzt würde ich sagen, bevor ich jetzt nachher zu meiner Meinung komme, erzähle ich euch nochmal ganz kurz was zum Inhalt. Und zwar geht es darum, dass in der Menschheit die Magie ein bisschen zu kurz kommt. Um das Ganze zu verhindern, dass irgendwann die Magie ganz aus der Welt verbannt wird, werden die Sternenfreunde, also allerlei magische Tiere aus ihrer Welt in unsere geschickt, um Kinder zu finden, die noch an Magie glauben. Sie sollen dann zusammen die Sternenfreunde gründen und die Magie zurück in unsere Welt bringen. Es gibt aber auch noch so einige Menschen, die sich der dunklen Mächte bemächtigt haben und dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Natürlich müssen unsere Sternenfreunde natürlich etwas dagegen unternehmen und nehmen es mit diesen dunklen Mächten auf. Ja, mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil es auch sehr schwierig ist, da ich ja beide Bände jetzt vorstellen möchte. Ich muss sagen, dass ich wirklich ein Herz und eine Seele mit dieser Reihe war. Ich fand sie wirklich absolut bezaubernd. Mich hat ja damals schon auf der Verlagsseite dieses Buch hier angelächelt, genauso wie der zweite. Also ich finde beide wirklich schon vom Äußerlichen absolut hübsch und bezaubernd. Und ja, natürlich die Illustrationen, die machen in diesem Buch natürlich noch mehr aus. Mir hat es großen Spaß gemacht, obwohl es halt Kinderbücher sind. Und ich habe mir nochmal gewünscht, dass ich nochmal halt in meine Kindheit zurückkomme. Denn hätte es diese Bücher damals in meiner Kindheit gegeben, hätte sie mir wahrscheinlich noch um einiges besser gefallen. Es ist halt genau nach meinem Geschmack. Es hat zum einen Tiere. Ich bin schon immer ein großer Tierfreund gewesen und es hat Magie. Und Magie ist natürlich auch etwas, was mich in Büchern immer sehr anspricht. Das hat mir richtig gut gefallen und auch unsere Protagonisten, die waren so bezaubernd. Es war auch so toll beschrieben. Es hat mir einfach von der ersten bis zur letzten Seite sehr, sehr gut gefallen. Es sind so Bücher, die würde ich einfach jedem Kind empfehlen. Sei es Junge, sei es Mädchen. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass ich halt einen von diesen Tieren bei mir zu Hause habe. Weil vor allem den Fuchs, den fand ich einfach absolut großartig. Und wie gesagt, ich kann diese Reihe wirklich jedem empfehlen. Wenn mich nochmal jemand fragen sollte, ob ich ihm ein Kinderbuch empfehlen kann, ich würde an erster Stelle diese Bücher nennen. Denn ich kann gar nicht mehr dazu sagen, sie sind einfach absolut großartig. Ich habe jedem Buch, glaube ich, 4 von 5 Sternen gegeben. Und sie sind ein richtig großer Lesetipp, den ich euch einfach nur empfehlen kann. Ja, damit habe ich eigentlich auch genug gesagt. Ich würde sagen, ich packe euch nochmal den Link dazu in die Infobox, dass ihr bei den Büchern nochmal vorbeischauen könnt. Und damit verabschiede ich mich jetzt einfach und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!